hallo grüß euch auf meinem kanal ja heute mal wieder ein mod und zwar von dem allzeit beliebten abspritz set der 60 214 gab es jetzt noch mal recht günstig und da habe ich gedacht kommen jetzt holt sie das noch mal und versucht das noch mal so ein bisschen zu vergrößern ja zeige ich euch mal was ich da so gemacht habe also im prinzip natürlich einiges bewährtes habe ich beibehalten das führerhaus im prinzip so geblieben einzig was ich jetzt geändert habe ist die tatsache dass ich hier vorne andere radkästen gemacht habe also ich habe die jetzt mit roten slopes gebaut also diese moment einmal diese also in dem set sind dabei diese grauen inverted slopes diese um diese radkästen hier noch mal so ein bisschen besser zu machen dass da die räder nicht schleifen können und die habe ich jetzt hier in rot ersetzt vorne weil ziel des ganzen war eben das ganze ein bisschen länger zu gestalten also der feuerwehrtruck sollte auf jeden fall etwas länger sein das heißt ich habe jetzt quasi eine achse dazu genommen das sind die original radkästen mit den originalen reifen oder rädern und hier vorne habe ich halt das genommen was ich noch da hatte die hätte ich auch theoretisch in grau nehmen können aber ich habe gedacht setzt es auf jeden fall mal so ein bisschen farblich ab das sieht man auch häufiger bei den sets die man da so von den verschiedenen firmen auch bekommt ja diese struktur mit diesem rot und gelb abgesetzt das habe ich beibehalten und ich habe halt jetzt geschaut was habe ich noch so für teile da also ich hatte noch so ein paar panels auch die habe ich auch wieder beklebt weil die auch schon nicht mehr so toll waren ich hätte die aus dem set natürlich auch nehmen können aber die waren jetzt auch kratzfrei und dann habe ich lieber die zerkratzen genommen denn die kann man ja mit so einem aufkleber noch ein bisschen verschönern ja genau diese instrumente anzeige bedienfeld die habe ich hier auf den beiden seiten auch in etwa so beibehalten die achse die schöne die dabei ist die habe ich hier oben angeklipst und ja das ist im prinzip das was gleich geblieben ist diese beiden fächer die sind jetzt etwas anders gesetzt da sie ist eine flüstertüte hier ein kleiner hand feuerlöscher drin die habe ich halt anders positioniert aber die sind prinzipiell ja in dem set dabei dann habe ich hier auf der seite die apparatur um wasseranschluss zu haben hier noch mal so ein hebel und natürlich dann auch den schlauch der man hier raus ziehen kann um dann zu löschen also das habe ich hier angebracht das ist jetzt hier der bereich wo man direkt wenn man raus springt ran kann dann hier hinter der großen klappe habe ich noch mal so ein bisschen was gebastelt was man jetzt hier so raus nehmen kann also raus geklappt kann man das jetzt die dicken finger nicht hätte so also es ist einfach nur so eine fantasie irgendwie noch mal so eine apparatur was auch immer das dann darstellen soll im inneren noch mal so ein paar kleinere details ablagen da ist noch so ein kleines wägelchen mit ein paar instrumenten also man kann das dann wieder so schön rein klappen klappe zu so dann natürlich hier hinten noch mal eine große heckklappe und dann habe ich hier noch mal auf so ein schlitten eine apparatur gebaut und zwar so auch noch mal mit so ein bisschen anschlüssen hähnen und so weiter da hinten sieht man jetzt auch noch mal rein ist auch noch so ein kleiner wagen den man auch noch raus fahren könnte so das schieben wir wieder rein hinten noch mal so ein bisschen die bremslichter blinker rückfahrlichter das habe ich jetzt dadurch auch ein bisschen anders gestalten müssen das dach habe ich jetzt auch ein bisschen anders gestaltet weil bei dem original set ist es ja so dass man diesen ganzen aufbau hier auf diesen großen drehkranz drehen kann und obendrauf ist es quasi ja nicht zu sondern da ist ja dann auf dieser auf diesem scharnier diese große spritze drauf so und ich habe mir dann halt gedacht okay ich will eine kleine leiter drauf haben die soll allerdings auch ein bisschen beweglich sein deswegen habe ich die dann auf diesem gelenk hier entsprechend stellbar gemacht und auch auf einem kleineren drehteller kann ich halt die leiter auch entsprechend drehen das heißt wenn ein einsatz ist könnte jetzt hier zum beispiel dieser feuerwehrmann hier in diesem artenschutz dann auch entsprechend hier auf die leiter drauf gehen also das ist prinzipiell möglich ja die ist jetzt ein bisschen wenn sie zu flach steht kippt sie eher um aber theoretisch ist natürlich möglich den hier auch entsprechend anzuklipsen so und vorne natürlich noch eine spritze dran gebastelt das ist weitestgehend auch aus diesen teilen wo diese spritze diese pump spritze die im original set ist auch aufgebracht ist das habe ich halt jetzt ein bisschen anders gestaltet eben mit dieser düse die hier angedeutet ist ja hier kann man die leiter auch so ein bisschen ein arretieren beim aufkleber vorne habe ich jetzt nicht diese nummer vier verwendet sondern eben jetzt hier das was quasi hinten am heck aufgeklebt war da war ja quasi diese dieses dachelement war hinten als heckverkleidung bei dem original set ja das habe ich als auch noch ein bisschen anders gestaltet gut fahrerin ist die gleiche wie im original set spiegel und alles das habe ich alles so beibehalten ja und eben versucht ziemlich viele details und oder typische feuerwehrteile hier zu verbauen die ich noch so hatte ich finde ganz gelungen ich hoffe er gefällt euch auch auf jeden fall bereichert der mal wieder meinen feuerwehr fuhrpark ja könnt mir gerne mal schreiben was ihr davon haltet und falls es noch nicht gemacht habt gerne ein abo da lassen und ja ihr wisst wie es weiterläuft ich melde mich und ihr werdet wieder was auf meinem kanal sehen können bis dann ciao